Hallo lieber Harmonika-Freund, ich bin Heinrich Schädler, Geschäftsführer der Michelbauer GmbH. Welche Harmonika ist die beste? Diese Frage stellen uns Kunden immer wieder. Ich sage dann, das ist ähnlich wie eine Partnerschaft. Es muss für dich die richtige sein. Eine Harmonika, die dein Herz beim Musizieren höher schlagen lässt. Schön, wenn du für dich bereits die richtige gefunden hast. Falls noch nicht, können dir folgende zwei Tipps bei deiner Suche bestimmt helfen. Erstens, Zusatzerstattung sichert dir Lernfortschritt. Kleine technische Erweiterungen unterstützen dich dabei, dass du dich auf das konzentrieren kannst, worauf es beim Spielen tatsächlich ankommt, nämlich aufs Musizieren. Beispielsweise ermöglicht die Tastenmarkierung, das ist da. Das sieht man da ganz genau. Das ist hilfreich, wenn du als Anfänger zum Beispiel ohne Hinschauen und ohne Töne anspielen schon weißt, dass du auf den richtigen Tasten sitzt, aber auch als Fortgeschrittener im sogenannten Lagenspiel. Halbtöne, das sind die zwei, und auch die Mollbässe kommen bei verschiedenen Spielstücken zum Einsatz. Hier hast du dann uneingeschränkt Zugang zur großen Auswahl an Noten in Griffschrift und da sind bestimmt auch deine Lieblingstitel mit dabei. Zweiter Tipp. Qualität macht sich bezahlt. Vertraue auf die Qualität der führenden, traditionellen Harmonika-Hersteller. Wir haben in unserem Harmonika-Verleih einige Instrumente schon seit 13 Jahren im Einsatz, wie zum Beispiel diese hier. Das hatten wir auch mit möglichst günstigen Modellen versucht und wir mussten die Geräte schon nach zwei Jahren austauschen. Harmonika-Kauf ist eben Vertrauenssache. Du als Kunde entscheidest, welche Harmonika für dich die beste ist. Und wir wollen dich dabei mit all unserer Erfahrung unterstützen. Deshalb bieten wir dir ausschließlich Produkte an, von deren Qualität wir überzeugt sind. Unsere Harmonikas sind so ausgestattet, dass dir das Musizieren garantiert Freude macht. Frag den Verkäufer im Musikhaus, ob er selber auch Harmonika spielt. Wenn ja, versteht er dein Anliegen garantiert und ein Vertrauensvorschuss ist gerechtfertigt. Du bist dir immer noch unsicher? Kein Problem. Unsere Michel-Bauer-Zufriedenheitsgarantie bringt dir Sicherheit. Wenn du mit deiner neuen Harmonika nicht zufrieden sein solltest, gib sie einfach innerhalb von 30 Tagen zurück und wir erstatten dir den Kaufpreis in voller Höhe. Du kannst also nur gewinnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Einen wichtigen Grund, warum du gerade jetzt deine Harmonika kaufen solltest, habe ich noch gar nicht genannt. Wir haben immer wieder interessante Angebote, wie zum Beispiel Vorführmodelle, günstige Gebrauchte oder Herstelleraktionen. Also ist jetzt durchaus der richtige Zeitpunkt dafür, in deine Zukunft als Harmonikaspieler zu investieren, weil jeder Tag mit der richtigen Harmonika ist ein Tag mit zusätzlichem Lebensglück. Unsere Harmonikalehrer stehen dir mit Rat und Tat gerne zur Seite. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude durch Musik. was etwa ein 아이� trägst Oui Homer Felle 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 Felle